hallo und herzlich willkommen zu let's play diesel ich glaube ich habe die anmoderation verkannt aber ist mir scheißegal und deswegen sind wir jetzt gerade mitten im game und in deswegen ballern wir jetzt ich bin drin und ich bin an der wesen der meinung wir machen es einfach Tintriss 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 als Hintergrundsmusik einfach nur um euch richtig hässlich zu nerven und das ist schon mal richtig der geilste Anfang und deswegen die Map kenne ich glaube ich noch nicht und deswegen würde ich sagen sollte unseren Clan wenn ihr Bock habt haben nichts zu gehen und wir wollen wie wir sie müssen folgen die so ganz funktionieren es ist egal das kann man zu Recht 5 im Mai ist es ist ein ganzer Punkt wo er in der Stadt der Reisung von und bis zu schon wieder schneller als ich das nicht verpackt immer noch ist wieder durch Internet und so verletzt man nicht gesagt aber die Verarschenheit Probi war noch mal die Steuerung 1 2 3 ja das Verspringen okay äh äh ich finde mich auch mit mir aus an was bin ich ich hier immer im Treffen mich Alter was ist Jolo und Maus so sensibel alter ich habe jetzt erstmal die Maus in Serien Sensibilität ja geil der Trüte und ich glaube ich bin da als es umgegnet irgendwie so ein bisschen die also ich hab das ewig schon nicht mehr wir sind vorne fuck ich kann sogar zielen ja ich hätte vielleicht nicht in die Kinder die Basis reingehen sollen aber aber was einer der Sieg mich von daher verarschen alle dieser Scheiß den dem gebe ich jetzt nicht ich sehe Lars Weger was ja da hat mich von umgebracht also das ist unser Team oder nein da hat mich von umgebracht vielleicht fremdlich feiern so nein ja 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 das ist das schön das ist nett das ist nett ich mag die alle haben nicht mal ein KW ich muss mich erst mal mega in die Dinger sogar rein von Korn oder 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 ich bin durch Falschaden gestorben bis Karten oder Alter richtig scheiße kommt er das gleich hoch oder muss ich mich auf den vorbereiten oder die Manager die das ist nochmal die Geschichte erzählen die Nein alter nicht jetzt das machen wir bei Minecraft wenn wir eh ein bisschen kritischer alles wegen wegen Themen und so ja gut ich meine das haben wir so nix zu tun nichts zu tun ist gut hier muss man mit dem wie viel mehr konzentrieren als irgendwo bei Minecraft was war noch mal Granate zu dreien er ist es scheiße wie sieht er mich immer dieser Kürbiskopf der Karte einfach scheiße den Film Hälbenskopf ist nun zu tun die Erdung ist der Kuhlau und so ein Kürbiskopf Kronen und Prozent die sich das kann wirklich gut ein da ist er behindert Junge dieser Kürbiskopf ist so aggressiv da der gilt nicht erst mal und hat dann noch mal extra auf mir ein okay da guckt einer der Hauptsache Prozent das Spiel macht nicht aggressiv ich bin der total ausgeglichener mensch es war der seiner 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 oder seiner von uns aber jetzt gekillt ein weder nachladen gut gut ich brauche hier ein Tübelkirle ein ich muss erster ich muss drei Matches spielen mit einer Granate getrunken alter dieser ist so noch toppen das ist die Holzfäller diese Musik war so ganz ein bisschen entspannter das Las Vegas Alter dieser Name ey muss ich schon lachen bei dem Namen welches Team sind wir rot oder blau? wow fuck woher 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 ja alter der hat so ein hässliches Schild ist auch so da kommt einer da kommt einer ich hab's gesehen ich hab's gesehen nun die sind jung die sind jung doch die Verstückung geworfen noch mal eine Granate geworfen und ja dieser Kürbiskopfalter ja und die Sprinten noch mal äh ja ich kann Sprinten stimmt das hatte ich vergesse meine Granate zu sich halten woher ein Kill yo scheiße wo alle diese Giese die von einem halben ist nicht so gut wo die Zeit ist gleich um und dann können wir gewonnen ja oh wir haben es geschafft doch die kennen wir doch Mutti wir haben gewonnen ja und ich hab drei mal getrennt du hast ein Gegner aus dem Team ja deswegen meine ich ja du alt Kürbiskopf und so ich kann dich hier merken also ich bin hier mal ready ich bin hier die 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 das das mit dem der dieses der der Händerte heißen Marnein ist diese Führung um ihr zu wollen wenn und ihm bis zu tun für 0 Prozent das habe ich gelandet haben sie gern die politikale Schulbäckchen und die Bildung der Verheilung 2 Eure Woll aber die aufgeben nein so ich mache hier ich mache hier der Camper bist schon am sterben wow fuck was schuldes zu der Weißung Neuze und andere du fasst die Füße die Verständlichen Kollegen getötet Jungen da kann man nirgends wo rein Alter es steht ein Teil zu finden das ist schon lustig hier ich bin lustig unterwegs hallo zu tun was wird zu schießen einstimmig erlaubt nicht so die Reichweite ab und wo auch da ich habe kein Teamkollegen für mich helfen können ich habe ein Teamkollegen hier gönn dir einfach mal ich ich stehe hier einfach mal und die haben und die Bödingung nicht vor der Kunde die Kunde und ich auch nicht sonst hätte ich sie gerne hochgeschmissen da kann man runter sogar weiter das probiere ich jetzt mal die Ereignisse ich muss eigentlich Leute kennen wir wissen wie er oder blau also ich bin blau das ist einfach nicht vor dem Vorstand das ist einfach nicht vor dem Vorstand ich bin immer noch bester im thema mit einer kd von 0,5 die starke die Konrad reinwerfen ich habe es ja frau ich will Kurskopf und sieben er ist als er herrn ist die Umgebung für die Erwollung so ist nicht und sie ist in der Vorhinein die Saison war das falsche Spielungen die Ausführung kann ich gar nichts auf dem Ball Jungen lassen ein weiteres richtig scheiße Prozent achtet das Leute mit Sponschutz Tore was ging es als genockte Boah, Snipern hier. Alter, mit so ner Waffe kann man nicht umgehen, Alter. Doch einer. Ah ja, kein Bock mehr. Wollen wir gleich blockadisch spielen? Das macht mehr schwarz. Warum soll ich getötet? Nein, weil das hier irgendwie so ein Teil-Person-Modus ist und ich hasse Teil-Person-Modus. Geht euch ja nicht irgendwie noch ein First-Person? Ja, das ist ja nicht verloren. Wee, wee. Alter, dieses Tetris scheiße. Aggressionen. Ich hab mich gerade selber umgebracht. Aller ganz im Ernst, wir spielen gleich Blockade. Nein, ist so. Ich hab keine Lust auf diese Feiße. Oh, von wo? Bist du tot? Ja, ja. Aber das ist nicht nur. Ich bin ein Hacker. Und da bin ich in Zini. Ich bin in Zini. Ich bin in Zini. Ich bin in Zini. Ich bin in Zini. Nennt ist auch zu den Job gilt und hier zu sieben nur noch kann die von mir als Verhältnis doch und so die Welt die Fälle so weit Alter, ich hasse mein Leben! Töten! Ich kann mich nicht wieder alles passieren. Alter, ich hecke mich jetzt aus der Welt aus. Ist mir jetzt alles zu blöd hier. Nein, geht nicht. Ach, da ist einer. Fuck. Ja, hau der mir auf den Kopf weg, oder was? Ist gut, Junge. Alter, ich versuche jetzt, da bei der Brücke runter zu gehen. Lass uns zusammen gehen. Okay. Alter, ich hab vielleicht noch einen Lebenspunkt. Und, okay, irgendwie. Ja, da war ich sogar vor allem noch weiter unten. Gibt's hier nicht einen Fallschirm. Da ist drauf, Granaten! Wir kommen hier noch weiter runter. Kann ich jetzt irgendwie nicht verstehen, aber... Ich komme voll nicht mehr hoch. Na, da bin ich gestorben. Durch einen Typen in der Schottgang. Ich bin jetzt noch ein paar Minuten. Boah. 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 und hat ja noch Eiter die Allemal immer ein ich will es ein bisschen von der Schraube mit sich ablösen ich werde jetzt ganz im Ernst es ist klar ich bin über die ganze Map schießen Joa da bin ich wohl gestorben Alla Joa ich würde mal sagen Du bist ja allah hässlich wortel nur sagen jetzt so wie er zu bequellen das hat er auch ab das sind dafür das war überhaupt ein Kilder machen dadurch in der Wand zu bequellen als er sich der Barikow oder die Kieger und Freude machen der Partie ja ich soll ihm und so weiter ist nicht mehr an die Hälfte nicht mehr bei der Europäischen und die sind 1 da hübschen für sie haben weiter die hohe scheinlich vor allem wenn er nicht mehr dort nicht ab es sei es sei es jetzt was überlebt und auch bei ihnen für sich geschaffen komm schon aber die Position nicht gehen Schicht nur die Position die die Kassel die Präsentation nicht empfehlen worden auch noch da die Anlotschaft die Säule an die Hälfte der Bündner Lüthel 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 bis wie viele Punkte geht es die Söder 20 ein Jahr mit einem großen ich habe es Diese Scheiß-Snipe, Alter, die steht da einfach die ganze... Alter, ich schwör dir, Bruder, ich renne jetzt einfach hoch. Auf diesen Scheiß-Waggon. Ja, Leute. Doch, Alter. Alter, da camp diese Olle, Alter. Und mein Dingens hat geleckt. Ich schwör sie. Alter. Diese... Kill. So, einmal reloaden. Reload, Junge. Und mach keine... Oh, noch ein Kill geschafft. Alter, diese Musik. Ich hab... Okay, die wird gekillt. Sehr, sehr geil. Ja, Tatjana. Ja. Oh, geil. Ich hab noch jemanden gekillt mit einer Granate. Mir wurde erst mal der Kopfschirm weggeschossen. Das sah auf jeden Fall definitiv lecker aus. Oh, das war schlecht. Minervid. Ich bin jetzt mal weg, ich wollte Cuba gewangt. Es gab noch News. Diese Scheiß ne Adolf Kummer. Sie hat nur darauf waren, dass ich mich hat, das Aufstoohung zu schießen. Nein, ich bin eben auch neu drauf. Aber das war das Garage. Und du coup da sie gemacht hat. Dieser Scheiß neigen Sie was war? Ich werde doch nur darauf waren, dass ich mir nicht dieseと思 zu schießen. ja ich bin blau du bist rot Kroni und ich bin tot jetzt ist es nur so ein Alter sind die Stilessenten von wo wir machen soll eben wo ich forschen richtig lange den ganzen Session wir machen eine richtig lange Stimme er ist klar die sich der Arbeiter Da wundere ich mich warm! Alter, ich glaub ich bleib beim Spawnen, du hast hier ein bisschen Spawnen, tut, tut halt nicht schmarrn. Hooli, meine Liege! Nein, Alter, bis wohin fliege ich! Ach, das war schnurrt! Hast du den Typen gesehen bei dir? Ah, Philrui! Halt! Kabel, ich hab ein Help gemacht! Fick euch! Ous und Marie, Alter, ich schwöre dir, die kriegt noch richtig sassiert, ich bringe sie mein Tod! Ui, ich fliege! Oh, ne! Ich stehe noch nicht an der Wand! Nein, ein zweit. die Anzeige hier es gab die Externe Hüfte Joom das war so ein bisschen stehen und Verlust umkippen ich habe mich zu tun und gezählt und es ist zu tun Samberg die Erkenntnisse hat mich immer erst mal die ganze Zeit am Anfang schon alle werden wir haben einen Kopf aus dass ich erst mal jemand der Samberg hatte ich angeschossen die ganze Zeit angeschossen habe ich ihr kriegt mich nicht die Schilder ich versuche jetzt darüber zu kommen ich bin und jemand anders geht mich auch noch von hin das finde ich nicht m oh ja ich lieb gut auch müssen schon wieder von seinem Weg du oder ist auch eine Florene gewonnen der Kerl und auch immer sterben aber Alter, jetzt. Ich würde jetzt mal in Blockade. Also, ich würde sagen, wir sehen uns gleich im nächsten Spiel. So, tschüss. Bitte warten Sie. Das Spiel lädt. Bitte warten Sie. Das Spiel lädt. Hallo. Wir sind hier. Wir sind in Blockade. Mein PC hat sich definitiv aufgehangen. Und deswegen... Ja, hängt gerade ein bisschen, aber... Ich habe keine Granaten. Ist stark. Und jetzt fighten wir mal. Oh, scheiße, ist das Laud auf meinem Headset. Und natürlich sind wir hier direkt bei der Tretrissmusik. Ja, gut, kann ich hier in... Ah, Laud. Ah, hab ich das dann nicht wirklich wohl jetzt hier bei Blau die Punkte. Und jetzt ist ein Blau. Ja, für Blau die Punkte. Also, für euch da. Ich werde für mich gleich mal gekillt, warum? Ja, hängt wieder ein bisschen, ne? Trotz schnell auf dem Internet. Ah, ja. Im Ernst jetzt noch jemand drin, Alter. Wir kriegen keine Punkte. Ja, Roter sowieso schon 400 Punkte. So, mein erster Kel. Roter hat ja auch schon einen Haufen Menschen. Ich hoffe, ich bin schon einmal gestorben, also ja. Ich bin tot. gut eine Welt Welt mit der deutschen Leute der Ost Milo eigentlich gut ist das wenn ich die Wesen alles geht um ich habe ja auch so gut aus der Europäischen Union hier oben oben aber umrufen in und herzlich willkommen zu züchtige Kleidung die die Zürich Kleidung Kinderstunde müssen noch mal für die Falle nicht doch nicht da Fendi Flyer aller nur jemand wo von wo kommt die Mord die Neuerte in die Mitte ich muss mal kurz bei Roten Wissen aufräumen er hat und schreißen ein paar die hoch wir haben ihre eigene Basis und tüten uns von da aus im Hintergrund wir sind ein bisschen verkackten die gelben töten die ganze von ihrer eigenen Basis und ich weiß genau wo die Hocken war ich bin zu langsorten der Papa endlich nicht ich bin euch erhe da guckten dann haben wir noch 36 Punkte oder bist du der Umkommuner welche und so pass auf ich gehe mal Richtung rot es kann einer Mitte also geht ich in die Mitte hier und Kasper ist in der Mitte was habt ihr hier gemacht alter da ich bin ein Kappen er hat das hat definitiv eine richtige Auszeichnung Moro seiner es läuft einfach nicht flüssig das ist ja mein Problem Moment man hat die alles schon gerade nicht nicht hat man ich bin einfach zu langsam so ein bisschen kacke das ist vorstellen Ziel und hoffen das gleiche kommt sie nicht abkriegen ich bin hierbei in Sotzkammer und Wurfs sie ist zu wissen Harnham der Kurs und andere Seite nicht ihr euch nur von hinten genommen weil er ist eh halb tot was er ficken also nie klar er hat eine Rüstung er verarschen ich weiß nicht voll kacke ich schieße in den Kopf und die den Flieger und Helm weg wo ich den voll ins Gesicht schießen das ist alles so jetzt habe ich den der Kontrolle hätte welchen wegschmeißen dann schmeißer Laptop weg ich möchte meine Maus gegen die Wand ich habe keine andere ich habe auch einer hier dran hängen aber denkt auch meine Tastatur noch dran dann können wir die andere mag sie auch nicht so auch okay doch ich mag die aber dann nehmen sie joo alter dann hat er eine Maus die er mag und dann nimmt er sie nicht ja weil du die benutzt ja du kannst die noch haben alter ich kann auch mit der anderen großen spielen ja die haben wir doch extra gekauft weil du nicht mit der anderen spielen kannst so auch noch ein kill sollen sich alle Eier kraulen hier ganz ihr Arschgleicher einmal reloaded wir sind alle dort Alter ich hätte nicht gedacht dass das Level noch oder das Spiel noch so lang geht ist gut jung wo ich nicht getroffen da ja ich probiere was zum wegwerfen irgendwas zum wegwerfen ja ich bin ich bin in der in der wir sind in der in der ich bin in der in der in der also ich halte immer noch zwei zwanzig werden was zur Hölle wo bin ich und wir haben 38 Punkte bitte sein nächstes soll nicht so gut sein weil ich gerade gestorben oder was wir haben jetzt ein Verkackten ich kenne solche schwerer nur noch agressiv und nicht gestorben aber trotzdem ja Prozent ja ich glaube die leckere nein wir sind erledigt oder ob das Spiel ich bin glaube ich eher am PC und es liegt bestimmt nicht am PC ja alle du bestimmt auch nicht ja lol wieso und liegt es dann ja bei dir los bei dir los schlüssig oder ja bei der SSA spiel ich rum und deswegen haben wir verloren bei dir los schlüssig bei mir aber nicht und ich habe den besseren PC also und deswegen sind wir jetzt hier schon wollen wir noch ein bisschen Minecraft machen ja doch wir lassen das noch eine Runde spielen oder ne nicht ganz oder ja doch mal gucken eine Runde noch ja wir gehen bei Geld rein ich verstehe es nicht dass es bei dir zu sehen vielleicht weil du ein Kabel hast und nicht nur wo gehen wir nicht bei blau rein weil Geld von Messerware und nicht für Geld also sind wir bei Geld ich brauche eine bessere Waffe eigentlich was ist denn das für eine Map das ist eine Map zum Bäume fällen also warte mal jetzt müssen wir erstmal uns hier ein paar Bäume fällen nein erstmal direkt runter graben ich sehe und helfe dich macht die Jungen was eine bessere Axt oder so ja noch zu können weil ich noch nicht so weit bin wir haben nun lebt hier nur die Rümpfügigkeit also heute noch mal war der ich wurde jetzt einfach mal hat es sei vielleicht praktischer weil mir funktioniert überhaupt nichts überhaupt nichts das ist doch die Prozent der ist noch ein paar Jahre achte du bist da das ist die Kakastrophe es ist nur du es geht auch aus mir sonst kann ich nicht buddeln das hat keinen Sinn die Runde ist wirklich die fütigte jetzt dieser schon besser geklappt Alter ich bin jetzt echter Mann wir machen gleich Mienkraft wir haben die Verlangen und immer rot an an jetzt lau um oder noch mal zum guten Wettel ne ich habe keinen Bock ich mach mal habe jetzt mehr Bock auf Mienkraft alle keinen Bock hier um zu graben alles mit dem Dom das Geburt getötet das war hast du mal auf auszurasten das Bild Jörn rastet bitte nicht aus ich probier's ja scheiß paar Uhr ist weg äh Granate ficken ich bin tot da ist ein blauer drin mhm ist er blau dann hast du mir gesoffen was hat er da für ein Penis gebaut Alter den muss ich direkt abreißen das ist aber wo ist der ach da ist der blau okay ich hab ihn gesehen oh der ganze Turm ist umgefallen m und wollte nur wie hier wieder die Lose zugeboten die 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 all dieses Spiel ist kacke ich glaube dass wir jetzt schon mal ein Kopfspiel ist ja kein Sinn dass er noch einmal sterben ich will noch ein Baum fällen immerhin war leckte überhaupt nicht Popo ist ein Fluch und ich habe einen geschaufelt noch schnell okay und ich würde sagen wir sehen uns gleich im nächsten Spiel kein Bock mehr auf die Scheiße Joachim und ich habe ein neues Level bitte warten sie das Spiel hält bitte warten sie das Spiel hält servus doch in die Kraft und deswegen warum nein ich muss auch noch ein Juni Kopenhau aus dem Weg ja dann mach mal akzept und ich bin die 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 und play also sehr gut und ich hab's auf der gedrückt aber es passiert nichts ah ich ficken muss die wir können natürlich auch mal das da vielleicht mit plänen also wir haben es 3d ich weiß nicht ob das so gut ist können wir vielleicht nächstes mal noch nächste woche wir haben jetzt auch einfach ein paar spiele parat und das wenn die jahre jetzt in jahr wird hier ein Brot und so perfekt landing das muss man sich merken wie man perfekt landet ohne sich die haxen zu brechen ja mittlerkoste und ich bin ein erzeugt sie achten wir wieder hier und ich habe nicht auf der anderen seite oder auf etwa auf welcher seite was wie geht es doch vor ich bin ein paar tige ich bin ein paar tige ich kann trampoliner bei stunden verlegen und und alles geht es in den hübschen für die vorteilig schlägt ein auto mit online alle das ist richtig hässlich wenn alter ich schwöre der Bruder ist also Minikraft hat nicht funktioniert die Kaus die Kurs ist noch nicht auskommen also ich war auch im Server so ist er nicht aber ja komm mal noch die hat er am Ende von den Menschenmengen wir haben jetzt schon ich kenne es gegen den Siegern da jetzt werde ich gegen eine Rutsche und Auto wo das ist ein Schwimmbad Kohlwer nein ein Schwimmbad mit Rampolin los hier ist ich auch wieder aus Runde 4 damit er befiehlt ich war fliege ich aber das ist eine geile Rutsche der Kletterer hoch niemand kann ich mir zu kommen was ist das für ein Ding was ist das für ein Ding bei mir ja ich hätte auch gern sowas wie ins Gelb und das wäre vielleicht ganz geil rutsch mal runter ja sowas wäre bei der oh und ist wie ein Austrampolin nicht ich weiß nicht ich will auf keinen Fall zurück in die Stadt ich glaube auf dem Land kann man viel mehr an Sachen und denken ja ich bin die Möse ich bin die Möse nicht reihe ein stopp ich oder zu sagen vor Ort hildes Becken mit alten Rotzmatten ausgelegt also ich habe jetzt gerade hier durch den ins Gebäude ich vor ich war auf die Erse alten Rotzmatten nach dass ich habe keine Ahnung wo ich gerade hinrein ach ja ich dachte die Stelle kein zu ihr ach nee doch oder und Rotzmatte oder Kumpel es ist wohl spaßig Alta was passiert mit mir komm her das ist spaßig ich habe Panzer gefahren Panzer und Hild komm mal her noch immer bei mir gucken bei mir auf dem Bildschirm Achtung reihe ich habe versucht sich noch mal runter ach und da ist ein Auto mehr oder weniger ja versteht ja nicht ganz den Sinn von diesem Spiel aber es macht Spaß auch auf der Treppe mit schlusser gut und Pockel die Prozent sie gewann flogen in der Menschen ein und woher so viel war ja so vor spunktur dieses hoch eine rechte man hat echt doppel sprung der ich gehe jetzt mal durch den dingens würde ich sagen ich gehe mal auf den sprungturm würde ich mal sagen war mich hat es durch wegen der tankstelle hier durch ein in ein zimmer gesprengt und da habe ich eine goldene ziege gefunden das ist toll ist gut ich bin stolz auf dich ich will seine gold simulator hier da scheiß laptop scheiß pc kann nicht kacke kacke wegmachen kaputt wo ist der goldene ziege wo da wo ich nicht hochkomme warum soll ich eigentlich bei dir auf dem bildschirm ich weiß es nicht weil ich hier was interessantes macht ja nein ich meine ich kann auch bei mir auf deine seite schauen also wir hängen hier nämlich an zwei verschiedenen bildschirmen ich war kurz blau und da ist noch ein zieliger und da ist noch ein zieliger low gravity testing facility da will ich rein alter das ist doch alter das ist doch alter ich kann an zäunen hochklettern so ist es hier so ist es hier fahrrad ist ein das ist die in 32 was Jürgen wünscht mir Glück ja Kofoten auf dem anderen drauf noch ich will ja ich meine dieses gräbigt die feisten zwei kohle hoch mit für die Bühne das Haus sieht wenn du kommst so ich gehe jetzt hier könnte lustig werden und so kommentiert ne geht gar nicht ich muss ja in dieses anti gravity dingens rein ich habe bestimmt auch eine dingens eine goldene ziege red gold eigentlich keine ahnung wo ich hin muss aber ich habe ein fahrrad gefunden dass die zankstelle ok haben einen gegenstand in ihrem inventar das ist unser inventar die diese spiele so los wo ja menschen alles kaputt machen ich bin ja ich bin ein bisschen kaputt oh ja ich kann fliegen guck mal guck mal bei mir die mario guck mal fliegen und die spiele konnten wir sagen ich habe diese letzte folge entdeckt und habe gesagt das tecnen machen waren sie kaputt soll ich kann fliegen ich kann fliegen aber man kann sogar die Höhe ändern wie man fliegen will ist das geil also immer nicht und ich habe keinen bock mehr nein nicht gut die man nicht nur die die ich bin ein Ziel er war ein Komponente zahlen das hat sie geöffnet junge für die Stürzungen auch bei dieser Masse die auch so hässliche Zahlen Kronenburg nun üblich genäht sich ein Teil der Erinnerung wollte ich gerade aber hier ist ein LKW und so Junge geht auch einfach in den Tunnel an die auch ein alles nur ist weil sie so gut gewonnen tun jetzt Travell alter Junge dann doch nach dieser W Rotare in Ehre was rotiere in der rotare da oder wie genau das weil ich sagen kann es kann aber ich kann es fast nur kann sie nicht haupt die herrn blöding Prozent Kunde doch mal vor neil da sollen Menschen belästigen ein neues Lassau in der Hauptstadt auch vor dem Jahr die Kudum ich weiß nicht ob es war ja um ein bisschen ziel ist mir doch schnell oder an die Kölner fliegt immer über die Straße für mich gibt es nur und natürlich auch sehr gerne auch mal okay was möglich guck mal ich bin ich habe in die Beine ein Ziel an Flami ich bin ein Nassel ziehen kann man da reingehen in dieses scheiß Haus äh ich meine jetzt nicht scheiß Haus sondern keine Ahnung was ist das ich bin in der Kanalisation irgendwie will ich glaube das ist doch leider nicht in der diese wieder zurück wenn du da ein bisschen ist in der Stadt wird es ich hätte gerne ein Zimmer für mich ich glaube ich habe ein anderes Problem also wo es noch bei der Kanalisation bei dem Loch Junge ja das Schatten aus ach das Schatten ist noch an nein das ist aus ach wo ist dieses Loch ach ja stimmt jetzt bin ich hier hässliche Menschen aber eine Bar ich bin ich bin das ist auch ein Sekt was das ist die Städte ist auch alles aber ich denke im Hinterkirchen drum ein Junge das ist das ist auch wenn ich heiße ich habe mich auch nur unter Wasser geht einigermaßen normaler aber für euch überrascht werden hier ist so ist es nicht erwarten dies kommt ja ich bin eine Rakete ich hänge an einer Rakete Schau mal Schau mal Buh Ufak 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 Herr Staudern noch mit Flüchtlinge das kommt nur und zu diesem auch keine Achterbahn ruhig nicht ich bin ein Buch und nach dem Buch das ist es war nicht wahr überhaupt nirgendwo ich mache überhaupt nix ich mache überhaupt nix ja das ist weil bei den NDR das war's oder weil ich bei den NDR das macht den NDR die haben wir haben so eine Krankheit halten wir haben sie auf dich übertragen das ist Eizten ich will wenigstens einigermaßen noch mal ja ich gehe und für Aussicht bei dir übrigens Schöne aus oder das Buch 3 ich habe jetzt kommt die Stadt wo ich noch nie war mystische stadt also ich würde sagen wir gehen jetzt kurz in dieses spiel genau dann hören wir auch mal auf mit der aufnahme weil wir haben schon ja doch ja gut nein es ist hier das ist scheiße da will ich nicht hin ja wenigstens habe ich keine krankheit mehr und so da hast du die krankheit die hatte ich schon vorhin die ganze zeit ich gehe wieder in den pool definitiv ist bei mir alles normal also hoch kann ich ganz normal laufen aber runter will ich dann natürlich rutschen ist es ist nicht logisch stimmt was ist das hier eigentlich für ein hässliches ding deine vorfahren es sieht aus wie so ein weg und dann was passiert wenn ich jetzt hier drin hängen ich kann nicht weg bin die müllziege ja so schaust du auch es ist scheiße warmtot gewonnen ich weiß dass er immer noch runter warte auf mich Milly du gibst sie den Namen an okay und in der Zeit nicht geben Mühle und von euch was kurz hin okay das ist von seitigem Hausmann Maske das hat er uns Jo ist gut gesprungen hier nur 30 Meter klubs sind total normale Geräusche zwei Ziele und ich bin weiß und ich kann ausgesund und übernommen ich schaue mal wo es wir sind vorne bei den Moment mal bei der Tankstelle ich sage weiter was war das für ein Raudi ich gehe da noch mal durch die nach Helvethe weil das ist vielleicht eine andere Stadt nicht ich bin hier gerade ziemlich am Rund ein Werder ist auch noch eine Kanalisation neben dem Tunnel zwei Löcher leiden Tunnel Entschuldigung das war untergebracht oder oder ich finde mich nicht mehr zurecht kommen her also ich bin aus dem Tunnel ich habe wieder so komische Krankheit Tats und Travel ja bitte 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 so jetzt haben wir noch bis da und hoffen mal das ist ja ja und hoffen mal ja genau und hoffen mal und hoffen mal dass Jürgen nicht mal stirbt ne nein aber dass das das ist aber nicht das ist aber nicht das ist ein Heilheit in meinem Leben das ist ein Heilheit in meinem Leben ja Jürgen ist schwul doch du bist kastriert glaube ich he 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 es ist loading man das ist wieder die selbe Stadt wie vorhin auch Alter ich fliege jetzt einmal hier so den hier und dann he 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 das war lustig uah slow motion hat man bessere Haustür he 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 so und ich würde mal sagen das machen wir jetzt mach du auch noch dein Scheiß Chat Pack Dingens an oh ist das explodiert und ich würde sagen das war's dann wir mit diesem schönen Bild beenden wir dann die Aufnahme ja das ist die schöne Aufnahme im Moment ne und ich würde mal sagen wenn es euch gefallen hat lass uns eine positive Bewertung da checkt uns auf Twitter vorbei und auf Facebook Bis Dene und tschüss Ikowski Tschüss